Hello again, ich habe ein wunderbares, tolles Hater-Kommentar unter einem Video von mir entdeckt, wo ich auch nur nicht zur Hölle fange und so noch meine Kinder an einer tötigen Krankheit sterben sollen. Weißt du was? Das trifft mich gar nicht hart. Und ja, lieber Hater, ich werde weiter meinen Maul aufmachen, was du scheiße findest, und ich werde weiter labern. Du kannst mich haten, wie du willst, du Arsch! Ich mache weiter, egal was ist. Und ja, ich bin behindert, und ich stehe dazu, und ja, ich bin nicht der Dünste, toll. Wenn dir was nicht passt, du scheißverdammter Hater, dann geh woanders hin, geh zu den Kevins, wo du hingehörst. Aber nerv mich nicht. Entschuldigt für das etwas emotionale Video, aber das musste einfach gesagt werden. Das gesamte Kommentar findet ihr unter meinem letzten Video Animal Farm. Jetzt. Hier. Dieses Video ist mal zum Ende. Jetzt habe ich dieses ganze Hater-Kommentar auf Facebook hochgeladen. Das könnt ihr jetzt auch nachlesen. Und jetzt Ende. Geronimo.